hier sind die kartoffeln weg alle schon verspiesen von uns und unseren gästen muss da meine meine kürbis unsere kürbispflanzen bewässern bevor da die sonne kommt drauf kommt wir haben da das problem dass das wetter im moment sehr warm ist und über sonntag wird es über 25 grad oder vielleicht sogar 30 grad darum können wir da die pflanzen nicht aufs feld bringen und dort pflanzen wir warten bis montag und hoffen am montag gibt es dann ein gewitter jetzt werden die von mir gegossen so 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 Ja, Sonntagmorgen, schon halb 11, wir müssen uns putzen. Damit wir da bereit sind, wenn die Konfirmationsgesellschaft kommt. Ja, der Nordwind bläst an, aber es ist nicht kalt zum Glück. Ja, der Nordwind blästig. Ja, der Nordwind blästig. Ja, der Nordwind blästig. Ja, der Nordwind blästig. Ja, sie hat die erste Runde grilliert. Jetzt denkt er eines an, bitter. Jawohl. No Alkohol. Jawohl. Ist auch schnell getrunken. 100 Centiliter. Und weg mit der Flasche.